die sieht aber auch aus als wäre die schwanger da hinten die ne die hatte bald auf dem bauch hängen sie hängt sehr durch mama sitz das ist so pik sich auch das ist auch noch ganz klein in der mitte das auch diesen so unterschiedlich ja aber schon schwer zu tragen die läuft